Hallo und herzlich willkommen zu Retro und Games. So, die goldenen 80er Jahre waren also vorbei und die SNES hatte die 90er Jahre eingeläutet. In dieser Zeit begannen sich dann so langsam die späteren Platzhirsche herauszukristallisieren. Wie gesagt, war die SNES 1990 erschienen und war eine der letzten Vertreter der vierten Konsolengeneration, die sich durch 16-Bit-CPU, komplexe Grafikfunktionen, mehr Farben und Stereo-Sound auszeichneten. Mit den 90ern begann die fünfte Konsolengeneration mit 32-Bit, Einstieg in die 3D-Grafik sowie CD-ROM als Speichermedium. Dazu spiele ich heute Beneath the Steel Sky auf einem Amiga CD32. So, ja, ihr werdet euch fragen, Beneath the Steel Sky, was ist das überhaupt oder warum Beneath the Steel Sky? Nun, es ist ein Point-and-Click-Adventure, wie es im Buch steht. Ich wähle Englisch im Übrigen, weil die Soundausgabe auf Englisch ist und dann finde ich die englischen Texte dazu aufpassen und fange einfach gleich mal an, während ich so ein bisschen was dazu erzähle. So, ja, Beneath the Steel Sky Point-and-Click-Adventure, wie es im Buch steht. Und was ich eben cool fand, ist, dass 2020 der Nachfolger erschienen ist, Beyond the Steel Sky. Dazu kommt, dass es auf dem CD-Laufwerk ist, was ja ein bisschen die Konsolengeneration auch auszeichnet. Und des Weiteren eben von Revolution Software, die unter anderem auch Bethlehemets Fluch die Point-and-Click-Adventure-Serie gemacht haben und die sich eben nach wie vor diesem Genre treu geblieben sind und hier die Point-and-Click-Adventure immer beibehalten haben, auch wenn der Geschäftsführer 2004 seine ganze Belegschaft entlassen musste, weil eben das Ende der Point-and-Click-Adventure war. Aber er hat durchgehalten und über Crowdfunding dann neue Spiele herausbringen können und immer noch Point-and-Click-Adventure, das wohl sein Leben ist. Fand ich ganz cool und deshalb, ja, habe ich mir das Spiel auch mal ausgesucht, weil es eben auch speziell für den Amiga CD32 war, zu dem wir erst dann gleich kommen und der quasi ja dann, ja, das Ende von Commodore auch einleutete. Aber dazu kommen wir später jetzt erstmal zu dem Hintergrund hier. Ja, ich, ihr hört ja den Text schon ein bisschen, da könnt ihr auch die Bilder, habt ihr gesehen, wie es so eingeleitet wird. Jedenfalls bin ich als Kind mit dem Hubschrauber abgestürzt und dem Ödland, hier wird es Gap genannt, aufgewachsen, von Urheilbrunern großgezogen worden. Die haben mir einiges beigebracht, auch eine künstliche Intelligenz namens Joey konnte ich auf einem Söck-Board, das ich mit mir führe, da entwickeln. Und, ja, wie der Zufall will, also das Ödland ist nicht so toll, es gibt sechs große Städte, die dominieren und da herrschen sehr strenge Regeln, für die Menschen nicht so toll anscheinend dort zu leben. Werden wir aber erst im Laufe der Spieße herausfinden. Letztlich wurde ich von einem Militärkommando entführt und auch meine Familie da wieder umgebracht. Jetzt wollten die auf diesem Tower hier landen oder auf diesem Gebäude und sind wieder abgestürzt oder sind abgestürzt. Ich konnte fliehen und jetzt stehe ich da und höre mir das ein bisschen an und versuche natürlich wieder zurück in die Freiheit zu kommen, in mein Ödland, was wohl gar nicht so öde ist. Jedenfalls heiße ich Robert Foster, die Stadt heißt Union City und, ja, es geht los. Hier steht schon was, also ich kriege einen Code, da kann ich da schon mal anfangen. Point-and-Click-Adventure kennt ihr auch, ja, man zeigt mit der Maus irgendwo hin und dann läuft er da auch hin. Oben habe ich mein Inventar, kann also auch ins Menü gehen oder hier irgendwas nehmen und bewegen. Aber im Moment habe ich noch nichts. Ich weiß jetzt schon vorweg, dass ich hier diese Metallstange brauche. Wenn ich runter gehen würde, würde ich diese Wachmann hier unten sofort erschießen. Das will ich natürlich nicht. Hier kann man auch noch viel lesen, sind ein paar witzige Sachen dabei. War ja öfter so bei diesem Point-and-Click-Adventure, dass man auch ein paar Gangs dabei hatte. So, ich muss jetzt hier die Stange mit der Türe verwenden, um rauszukommen und in der Zwischenzeit erzähle ich euch ein bisschen was über den CD32. Ja, am 17. September 1993 kam er auf den Markt und war die erste Konsole dieser Generation, dieser neuen Generation mit CD-ROM-Laufwerk, aber eben auch das Ende von Commodore. Ja, Commodore hatte die ganze Hoffnung in dieses Gerät gesteckt. Sie wollten damit noch Geld verdienen wieder. Sie waren schon angeschlagen, sehr angeschlagen und haben eben beschlossen eine Konsole auf den Markt zu bringen, um ihr Spiele-Image da auch weiterhin zu halten oder da vielleicht davon zu profitieren. Letztlich hat es nicht geklappt. Ich muss dazu sagen, das Gerät an und für sich war eigentlich cool. Es war auf einer Basis vom Amiga 1200. Es hatte ein CD-ROM-Laufwerk, was cool war, eine Motorola 6800020 drin, die auch mit 14 Megahertz getaktet war, 2 MB-Chip-ROM und sogar ein Slot, sodass man das Ganze zu einem Vollbetting Amiga 1200 oder zu einem Videoplayer, der dann Video-CDs spielen konnte, aufrüsten hätte können. Hat auch funktioniert. Allerdings gab es Lizenzprobleme in den USA, sodass dort das Gerät schon mal gar nicht verkauft werden dürfte und das einfach Commodore ins Event ging und so wurde auch nicht wirklich viel verkauft. Außerdem schlechtes Marketing. Wenn man schlechtes Marketing hat, kam wenig Umsatz und dann war auch letztlich kein Geld mehr da. Was man noch dazu sagen muss, die Spiele-Programmierer oder die Entwickler von Commodore, die hatten sich eigentlich für die Spiele-Programmierer was ausgedacht. Es gab bei dem 1200 beziehungsweise die ganzen Amiga-Serie, die war eher auf 2D ausgerichtet ursprünglich und vor allem was die RAM-Anordnung der Farben und der Pixel so bedeutete und da haben sie extra einen Custom-Chip reingemacht, der den System-Controller ersetzte, um diese 3D-Programmierung zu erleichtern. Wurde aber kaum genutzt, weil eben wie gesagt Commodore pleite ging und außerdem viele Spiele dann einfach nur portiert wurden, sodass es halt läuft, aber nicht wirklich neu entwickelt. So, ich muss jetzt ein bisschen rumschauen und kann dann meinen Joey hier zusammenbauen. Das mache ich jetzt schnell und dann geht es wieder weiter. Ja, letztlich, wie gesagt, war Commodore am Ende und schade eigentlich, war ein schönes Gerät. Gibt es bei eBay immer noch für sehr hohe Preise zu kaufen. Müsst ihr ja selber wissen, ob ihr sowas haben wollt. Denn es gibt halt leider, wie gesagt, nicht so sehr viele Spiele. Gut, im gleichen Jahr wie der CD32 kam der Atari Jaguar auf den Markt. Das war im November 1993 und leider war auch bei ihm das gleiche Problem, dass damit Atari zu Ende ging. Auch Atari setzt in die Motorola CPU ein, aber die 68000er, die also viel schwächer war. Dazu kamen aber zwei RISC-Chips, die Grafik und Sound hier aufmotzen sollten. Leider, leider war das Problem, dass Atari hier einen Hardware-Bug mit einbaute, sodass die Chips am Anfang nicht genutzt werden konnten. Und damit ergab sich das Problem, dass die Spiele einfach sehr schwach waren. Sie mussten dann auf diese Motorola 68000 CPU aufsetzen. Die waren natürlich nicht mehr up-to-date. und die musste dann die ganzen Funktionen machen, sodass die Qualität einfach der Spiele schlecht war. Außerdem gab es ein CD-Laufwerk nur optional dazu kaufen. Und ja, wie gesagt, damit, dass die Spiele-Qualität halt schlecht war, war dann doch der Trend zu anderen da. Und bis es endlich in den Griff bekommen haben, diesen Bug Software-Tennis zu umschiffen, hat sich leider schon so ergeben, dass die anderen den Markt aufgeteilt hatten. Und dann war es natürlich um Atari geschehen, die eh schon angeschlagen waren. Und 1996 wurde dann Atari abgewickelt bzw. ja, wurde abgewickelt, aber sie wurden halt vorher auch noch verkauft. Aber spielt ja auch keine Rolle. Mit Konsolenherstellung war dann, oder Spieleherstellung war dann nichts mehr im Gange. Ja, schade auch um diese schöne Firma. Und damit ist auch, muss man sagen, sind auch die Konsequenzen dieses Video-Game-Crash eigentlich erstmal so richtig deutlich zu sehen, ja. Es gab keinen amerikanischen Videohersteller mehr, also Konsolenhersteller oder, na gut, Spielehersteller schon noch, aber keinen, der mehr Hardware herstellte. Nachdem einfach nach dem Video-Game-Crash schon viele Pleite gingen und jetzt noch die Reste, also der letzte, der Atari, der größte, auch noch Pleite ging, war es damit um alle amerikanischen Konsolenhersteller geschehen erst. 2001. Hier sollte ja dann Microsoft mit der Xbox wieder kommen, ja. Aber bis dahin war Abby. Nichtsdestotrotz, es gab natürlich andere Hersteller, und zwar die Japaner, die kamen, ja. Und zwar als erstes von den anderen Herstellern war eigentlich Sega auf dem Markt. Sie kamen am 22. November 1994 mit dem Sega Saturn. Und das war eine, naja, ich will jetzt nicht sagen Rakete, aber ein technisch starkes Gerät, ja. Sie hatte zwei Haupt-CPUs und sechs weitere Prozessoren, die eigentlich ordentlich Leistung boten, um hier grafische Highlights zu produzieren. Und die Umsetzung von Daytona USA oder der Virtua Fighter Serie gelten auch als Pionierarbeit im 3D-Bereich. Also sie hatten da richtig ordentlich vorgelegt. Allerdings kommt es natürlich auch so, dass die ganzen hardware Sachen ein bisschen komplex waren zu programmieren. Da kommt dazu, dass Sega kein Entwicklerkit bereit legte, oder in Unterstützung kein Entwicklerkit bereit hätte, der es ermöglicht hätte, einfach diese Maschine zu programmieren. Und die Komplexität, die dann da war mit den ganzen Prozessoren, hat Vigil dazu veranlasst, einfach nur die ganzen Chips rudimentär zu unterstützen und einfach nur eigene einzusetzen und die anderen halt so ein bisschen beiläufig nur mitzuführen, aber nicht wirklich zu nutzen. Ja, so wurde das Leistungspotenzial eigentlich gar nicht ausgenutzt. Dazu muss man eigentlich auch sagen, obwohl eben auch noch, es gab sogar eine RAM-Erweiterung und es gab Inpec-Unterstützung und eben ein CD-ROM-Laufwerk, sodass der Sega Saturn wirklich topgerät war. Aber wie gesagt, die Sache mit dem Entwicklerkit natürlich einen Nachteil und was natürlich auch noch ein Nachteil war, ist klar, wenn man so viele CPUs einsetzt, kostet es natürlich. Und ja, auch wenn sie dann quasi von der Performance her und Leistung mit Arcade-Automaten mithalten konnten, so war das ja preislich natürlich auch sehr ordentlich und entsprechend war das nicht reizvoll, für manche Käufer dann diesen teuren Preis zu zahlen, um so ein Gerät zu haben. Dazu kam eben, wie gesagt, dass die Spiele manchmal gar nicht so toll waren, weil sie eben diese Komplexität der Prozessoren gar nicht ausnutzen. Ja, dann kam auch noch dazu, dass Sega sehr früh auf den Markt kam. Sie waren die ersten eigentlich, was das angeht, nach dem Commodore und Atari, aber die ja andere Probleme hatten. Und dabei kam es allerdings dazu, dass sie eigentlich gar nicht so viele Spiele herausbringen konnten oder hatten. Ja, die Spielehersteller konnten das Gerät gar nicht so schnell bedienen oder gar keine nicht so schnelle Spiele programmieren, sodass im Verkaufsstart nur wenig Titel da waren und keiner so recht Lust hatte, hier die Saturn zu kaufen, weil wenn ich halt nur drei, vier Spiele habe, dann ist es schon ein bisschen mager, ja. Und entsprechend gab es da halt, letztlich gab es halt dann die Problematik, dass viele da auch nicht zum Sega erst mal griffen und erst mal noch sich abwartend verhielten. Ja, aber auch die Erweiterung bei Mega Drive, die Sega dann ganz schnell wieder fallen lassen hat, hat vielleicht manchen Käufer damals ein bisschen verunsichert und erst mal abwarten lassen. Naja, wie auch immer, sie setzten 11,5 Millionen Konsolen ab, also eigentlich eine ordentliche Zahl, nichtsdestotrotz war es verlustbehaftet, weil sie eben sehr ursprünglich teuer waren und dann den Preis halt runter setzen mussten. Und, naja, die Japaner, achso, Moment, vielleicht kann ich hier die schnell reparieren, den Roboter, dann kam ich mit dem Lift runter, das wäre mal was Interessantes, ja. Ja, so ist eigentlich der Plan, ich muss den starten, damit der auf den Lift wird. Und, ähm, genau, und, ähm, ja, sie waren dann eigentlich nur in Japan erfolgreich, Sega, und konnte nicht an die alten Generationen, also den Mega Drive anknüpfen, der ja sehr erfolgreich verlaufen war. Nun, ja, zu Beginn hatte Sega zwar noch ganz gute Verkaufszahlen, auch wenn sie nicht so viele Spiele boten, aber es ging dann langsam los, ja, und, ähm, aber, ähm, sie wollten eben auch früh auf den Markt kommen, weil eben Nintendo, ähm, ähm, angekündigt hatte, den N64 zu bringen, und es verdichteten sich auch die Gerüchte über die Sony Playstation, die da kommen sollte. Und, Tatsache, ähm, am 3. Dezember 1994 kam dann eben auch die Playstation auf den Markt und setzte Sega mächtig zu. Aber, jetzt erstmal der Reihe nach. Eigentlich, so, wann kommt der Typ jetzt wieder, der Roboter, damit ich hier mal, ähm, auf das Ding drauf fahren kann, auf den Lift kommen und runter kommen. Achso, ich schau mal schnell rüber. Achso, ne, ich mach mal Folgendes. Erstmal hier den, den, den auf den Lift drauf dappen, damit, damit der Typ kommt und, äh, Alarm auslöst. Jedenfalls. Muss ich schnell, äh, darüber laufen. Schnell, 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 schnell. Lauf, 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 lauf. Genau. Ja. Hier unten ist wohl ein Schraubenschlüssel drin, den brauch ich. Und, ähm, so, ja, jetzt hab ich mir den Spanner endlich schnappen können. Und, ja, ich geh jetzt wieder raus, mach mal weiter. Ich schau mal, dass ich den Lift runter komme. So, zurück zur Videospielgeschichte. Und hier geht's weiter mit eben der Sony Playstation. Die kam am 3. Dezember 1994 auf den Markt und setzt die Sega eben mächtig zu. Ähm, so, jetzt schnell runter, da kann man doch runter, oder? Ah, ne, jetzt ist der Lift wieder da, Mist. Na? Ja. Und, ähm, Sony sollte ursprünglich nur ein CD-ROM-Laufwerk für die Super Nintendo Entertainment System herausbringen, für das Entertainment System herausbringen. Und, äh, oder beziehungsweise entwickeln. Und Nintendo hat's dann herausgebracht. Doch, Nintendo entschied sich an einen Kurzverschluss dafür, ähm, mit Sony doch nicht weiterzumachen. Ging zu Philips und wollte es von denen haben. Später ließen sie es dann komplett sein. Also, es gibt kein CD-ROM-Laufwerk. Aber, es war wie es war. Äh, Sony war natürlich da nicht mused. Und entsprechend, ähm, so, jetzt müsste es doch funktionieren, dass ich hier... Ah, siehste. Jetzt komm ich runter. Ähm, genau. Sony war noch amused und hat sich gedacht, wisst ihr was, äh, wir haben jetzt schon ein bisschen reingeschnüffelt in die Konsolenherstellung. Das können wir selber, ja. Und entsprechend sind sie losgezogen und haben einfach eigene, äh, Playstation gemacht. Ja, interessanterweise hieß ja damals das CD-ROM-Laufwerk auch. Kamera, interessant. Ähm, hieß die Entwicklung von Nintendo. Für dieses CD-ROM-Laufwerk war der Plan, das Nintendo Entertainment, äh, Nintendo Playstation zu nennen. Was natürlich lustig ist, ähm, weil, ähm, jetzt dann Sony Playstation rauskam und entsprechend, ja, war das natürlich, ähm, haben sie einen Namen einfach nur übernommen. Nicht sehr ideenreich, aber hat sich, ähm, wohl gut angehört. Ist ja auch ein Markenname geworden. So, Joey, jetzt hilf mir mal beim, äh, äh, can you open that door? Genau. Genau. Ja, äh, was hatte Sony zu bieten? Warum hat sie sich, äh, da so behaupten können? Letztlich war es auch nur eine 32-bit CPU mit 33 MHz, äh, 2 MB RAM. Also nichts Außergewöhnliches. Es gab natürlich noch einen speziellen Grafik- und Soundchip, der das Ganze ordentlich, ähm, beschleunigte. Aber es war nichts, äh, extrem herausragendes, ja. Sie konnten 640x480 im NTSC Interlace, wo auch nicht der Wahnsinn. Und, ähm, aber für den Fernseher tat sie es eigentlich auch. Was, äh, ein großer Vorteil war schonmal, war das integrierte CD-Romlaufwerk, ja. Das hatte eigentlich nur der Saturn, der war ein bisschen teuer. Oder Amiga CD32, die waren pleite. Und damit waren sie, ähm, ähm, da es integriert war, waren sie halt schonmal vorn dabei, ja. Wie sicher gilt eben, dass die aggressive Marktpolitik von Sony, ah, ich habe einen neuen Code, und die Preispolitik da den Ausschlag gaben. Und entsprechend, ähm, ja, war es so, dass, ähm, die Sony da als Sieger eigentlich dieser Konsolengeneration der 5. hervorgehen haben. Beispielhaft ist da zum Beispiel, ähm, dass zu Beginn, äh, die Playstation 299 Dollar kostete, und, äh, der Saturn noch 399. Und, ähm, als dann der Nintendo 64 mit 249 Dollar auf den Markt kam, hat Sony ganz schnell den Preis für ihre Playstation auf 199 Dollar runtergesetzt. Also, ähm, da muss man erstmal mithalten können. Und für Sega war das nicht mehr möglich, und auch diese Marketingkampagnen waren einfach, ähm, für den Spielehersteller eigentlich, also kleinen, äh, ja, Konzern eben nicht, sondern kleine Firma wie Sega nicht mehr möglich. Sony hat da als Konzern einfach richtig reingehauen und sich somit durchgesetzt, ja. Ähm, was auch ein großer Vorteil natürlich war, war, ähm, dass sie eben den Entwicklerkick dabei hatten und entsprechend ging, ähm, ähm, war es einfach 3D-Spiele herzustellen, ne, und damit hat es ja auch ein bisschen, ja, ein Vorteil sich herausgearbeitet. Als letztes kam vielleicht noch ein kleines Argument dazu, äh, sich für die Playstation zu entschieden entscheidend ist, aber erst zum späteren Zeitpunkt, äh, dass das Watch-Chip herauskam, der diese ganze, äh, Spiele-Kopiererei ermöglichte. Man musste einfach nur billige CD-Rohlinge, die ja damals immer billiger wurden, und auch, ähm, entsprechend die, die CD-Brenner gab es damals günstig und, äh, damit war dann Kopieren einfach möglich. Okay, man musste den Chip einlöten, war nicht ganz so einfach, aber ein paar, äh, Jungs konnten das und boten das als Service dann an. Und, ähm, ja, da Sony nur, äh, defekte Sektoren auf den CDs als, äh, Kopierschutz hatte, war das dann halt einfach möglich, das zu umgehen. Die Sony Playstation verkaufte sich weltweit über 100 Millionen Mal und war damit ein riesen Erfolg und ging als Sieger dieser Konsolengeneration hervor. So. Der Typ hier lässt mir nicht viel. So, macht nix, wir gehen weiter in der Videospiele-Geschichte. Zu guter Letzt, was die fünfte Konsolengeneration betrifft, kam der Nintendo 64 auf den Markt. Ähm, 64, ja, er hatte eine 64-Bit-CPU und das wurde auch groß, ähm, vermarktet. Ähm, man preiste das alles super an, die schnellste CPU in einer Konsole. Den war auch so, aber die technischen Vorteile waren gar nicht so groß. Nintendo 64c trotzdem zur fünften Konsolengeneration, auch wenn er 64-Bit hatte, denn es war einfach diese Zeit, in der diese Konsolen kamen, ähm, die technischen Leistungen waren gar nicht, äh, so ausreißend, äh, stark, dass man sagt, dieses, äh, wichstes Modell, ja. Und, ähm, hatte natürlich schon ordentlich Wumms, also, ich sehe, hier ist gar nicht so viel zu machen. Äh, ja, mit dem Nintendo 64 hat, ähm, Nintendo die, die 32-Bit-Generation übersprungen, aber, was natürlich der Nachteil war, insofern, es kostet die Zeit, so eine 64-Bit-CPU mal zu integrieren und so, äh, herzustellen und das Ganze drumherum war aufwendig und nicht so einfach. Man war auf neuem Terrain und hat entsprechend, ja, ich will mal sagen, ähm, Zeit dadurch verbraten. Ähm, letztlich, ähm, kam noch dazu, dass, ähm, der Titel, den man als Launch-Titel haben wollte, Super Mario 64 als 3D-Applikation eben, weil man auf den 3D-Markt setzte, ähm, auch noch sehr viel Zeit in Anspruch nahm und immer wieder zur Verzögerung kam, selbst am Schluss wollte man eigentlich noch länger dieses Spiel entwickeln, um es noch besser zu machen, aber man liest dann ein paar Kleinigkeiten weg und brachte es auf den Markt, weil man einfach schon sehr spät dran war. Denn Sony hatte mit der Playstation eben den Markt eigentlich schon abgegrast, als man dann wirklich endlich auf den Markt kam, ja. Wie auch immer, es war so, dass, ähm, der Hauptprozessor 93 Megahertz getaktet war, also richtig ordentlich und auch, ähm, so, ja, ich komm hier ja gar nicht weiter, ähm, und auch, äh, der Grafik- und Soundprozessor mit jeweils 62 Megahertz, äh, ordentlich schnell waren und die Auflösung zwar nur ein NTSC 646 x 486 Pixel war, also nicht so überragend, aber für den Fernseher halt mal ausweichend, so, da steht jetzt ein Bachmann, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch, aber vielleicht können wir auch mal mit ihm reden. Ähm, ja, für den 3D-Bereich war es wirklich fortschrittlich und konnte einiges bieten, äh, ähm, aber, ähm, wie gesagt, war halt ein bisschen spät dran und, ähm, von daher war es auch nicht, äh, der Renner die Nintendo 64. Man muss dazu sagen, äh, Nintendo hat sich mal wieder was Neues überlegt, was, ähm, äh, was die Bedienung angeht, da sind sie ja immer sehr fortschrittlich, sie haben, äh, Analog-Sticks eingeführt, es gab damals ja bei, ähm, Pong schon diese analogen Paddles, aber danach war alles digital und jetzt wieder mit dem analogen war es eigentlich interessant, weil sie damit schafften die 3D-Bewegungen sehr gut, ähm, zu steuern, steuern zu lassen, ja, diese Figuren, das war eben einfacher als mit digitalen Joysticks oder Gamepads. Ähm, dazu kam ein Erweiterungspack für den, äh, ganzen Controller, der Vibration auslöst, dadurch konnte man eben, ähm, das, konnte dieses Gerät, dieses Gamepad einfach vibrieren lassen und das war natürlich auch neuartig. Ist ja beides heute zu Tage, ähm, Stand der Technik, ja, in jedem, äh, Gamepad ist das drin und von daher wieder mal was Tolles, äh, GWG, äh, herausgebracht, ja, wieder was Neues auf den Markt gebracht. So, ähm, letztlich ein großer Nachteil des N64 ist, dass es nur, ähm, auf Modulenspiele herausbringen konnte, kein CD-ROM-Laufwerk hatte, ähm, nur ein Modulschacht und die Module waren natürlich teuer, ja, so ein CD-ROM, den kostet nicht viel, aber ein Modulschacht ist sehr teuer. So, ähm, da gehen wir nochmal in die Tür rein, da passiert aber auch nicht viel, glaube ich. Na, Security Head, oder? Ich geh mal wieder raus, ähm, ist nicht so interessant, ich glaube, ich muss erstmal da drüben irgendwo die Produktion stoppen, da habe ich fast im Internet gelesen. Jedenfalls, ähm, ja, war es so, dass Sony, äh, Sony das Nintendo, hier, wie weit denn auf Module setzt sie, und da gibt es ein echtes Negativbeispiel letztlich, ähm, es war nämlich so, dass, ähm, das Spiel Conker's Bad Fur Day kostete rund 180 Mark damals, und 85 Mark war eine ordentliche Summe, ähm, da konnte man sich schon überlegen, ob man das wirklich haben wollte, ja. Dennoch wurde das Gerät natürlich über 30 Millionen Mal verkauft, was wahrscheinlich auch eben an diesen Helden, äh, Mario und, und, äh, das Link lag, ja, Zelda, diese Spieleserie, auch hier wurden, äh, Titel veröffentlicht, Mario sowieso, und entsprechend, äh, wollten das bestimmt viele haben, und die gab's ja nur exklusiv für den Nintendo, ja, ist klar. So, ähm, nichtsdestotrotz, also, die beiden Spiele im Übrigen, die da, äh, als erstes veröffentlicht wurden, äh, für Nintendo, also Mario und Zelda, die erhielten bei Metacritic, ähm, 99 von 100 Punkten, was eigentlich sensationell ist, ja, also war herausragend. Ähm, so, jetzt reden wir noch mit der Dame, und vielleicht kann Dini was Tolles sagen, aber, mal schauen. Ja, ähm, kommerziell war es zwar noch ein, äh, Erfolg, aber... Ach, ich gehe mal weiter. Gespräche sind ja zwar im Spiel dann manchmal ganz interessant, aber wenn man so zusieht, ist es ja vielleicht nicht so. Reiz oder Nacht, gehst du ja bitte hin. Letztlich, ähm, war, äh, das eigentlich auch schon alles, was das, äh, zum Nintendo 64 zu sagen ist. Ich darf ja nicht, wenn ich so nicht... Ähm, letztlich war es dann doch ein kommerzieller Erfolg für Nintendo, aber natürlich hatte man sich viel mehr versprochen, und, äh, somit war es nicht so durchschlagend wie erwartet, aber, wie gesagt, es war ein kommerzieller Erfolg, und Nintendo konnte weiter am Markt bleiben, ja. Äh, Sega hat eben Verluste hinnehmen müssen und hat sich das dann, äh, schon schwer überlegt nochmal in die Konsole herauszubringen, haben sie aber dann gemacht mit dem Dreamcast, aber da hören wir dann später nochmal mehr, im nächsten Teil der Videoserie. So, lass mich jetzt da rüber. Also gut, da reden wir nochmal mit ihr. Muss man doch wohl mit ihren Schwätzchen halten, um da, ähm, rein zu dürfen, vielleicht kann man da irgendwie was erreichen. So, ja, was gibt's noch zu den ganzen Konsolen zu sagen? Ja, die fünfte Generation war damit, ähm, am Laufen, die Playstation hat das Rennen gemacht, ähm, ganz klar und deutlich, und, ähm, es gab natürlich dann noch die Computerhersteller, ja, die darf man nicht vergessen. Es war Apple, die bauten, äh, schnellere Macintosh, ähm, wurden aber auch nicht mehr so zum Spielecomputer. Natürlich, ähm, gab es viele Spiele, die auf dieser Plattform hergestellt wurden oder veröffentlicht wurden auch, ähm, viele, ja, große Titel wurden ja sowieso auf mehreren, ähm, Plattformen hergestellt oder veröffentlicht. Entsprechend, äh, natürlich auch war Apple Macintosh dabei, ja, die waren so ein bisschen mehr in der Arbeitswelt angesiedelt und, ähm, sind da auch zu Hause geblieben, sozusagen. Und, äh, ja, klar gab's Spiele auch, aber, ja, vielleicht nicht mehr so zu dieser Konsolengeneration da zuzuzählen. Ähm, anders wäre sie ein bisschen, äh, mit den PCs. Die, ähm, kamen 1993, äh, mit dem Intel Pentium einen Schritt weiter, ja, und auch VGA wurde zum Standard bei den Grafikkarten. Allerdings haben, haben, gelten die meisten, äh, Spielehersteller noch den, äh, Basic-Modus dann ein, setzten den Basic-Modus ein, um mit alten Grafiken kompatibel zu sein. Und das bedeutet eigentlich, dass sie nur 320x200 Pixel nutzen, um ein Spiel, äh, darzustellen oder zu haben, was eigentlich schon schlechte Auflösung ist. Aber Doom und Wolfenstein 3D sind noch in diesem Modus. Und, ähm, die kamen da auch auf den Markt und waren natürlich auch große Erfolge. Ähm, ja, der PC wurde somit also immer mehr als, ähm, Spiele-Plattform auch wahrgenommen und hat sich da auch noch mehr durchgesetzt. Letztlich lag es ja auch daran, dass viele dann einfach PCs kauften und zu Hause hatten, äh, wollte man natürlich auch den Markt hier bedienen. Ähm, dass sich viele dann PCs und Konsole kaufen, war nicht so, äh, gesetzt. Ja, von daher haben wir einfach auch versucht, den Spiele-Markt, die halt, wo wir denn jetzt hin, wollten dann eben auch diesen Markt noch bedienen. Und das haben sie dann auch geschafft. So. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so erfolgreich. Ich dachte, ich kann ein bisschen mehr machen. Letztlich, ähm, schauen wir noch hier lang, was da ist. Oh, da ist das Elikopterwack. Da wird man auch nicht, äh, viel machen können. Vermute ich mal. Oder? Und, ähm, ja, da hat er Glück gehabt. Jetzt rede ich mal mit dem Officer vielleicht, ähm, kann ich mir was sagen, aber ich denke, der wird nichts Neues rausbringen. Letztlich, ähm, war es das schon von der ganzen Videospiele-Geschichte der fünften Generation. Es gibt natürlich einen Nachfolger, ähm, Film, den, oder ein YouTube-Video, das ich, äh, demnächst machen werde. Und, äh, es wäre natürlich auch schön, wenn ihr das wieder anschaut. Also, ich belasse es jetzt dabei und sage danke fürs Zuschauen. Und, ähm, ähm, naja, großes Schwätzchen will ich hier gar nicht mehr halten. Ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gehe jetzt wieder zurück. Ich versuche es nochmal in der Produktionshalle, um vielleicht da irgendwie weiterzukommen. Die Dame ist ja jetzt weg. Vielleicht hält die mich nicht mehr auf. Mal schauen, ob der Typ nur da ist. Vielleicht kann ich auch dem irgendwie überzeugen, dass er mich da weiterlässt. Das sah eigentlich nach, ah, jetzt läuft er auch raus. Sehr gut. Das bedeutet, jetzt müsste der Weg frei sein, hoffe ich. Werden wir sehen. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen und schaut wieder rein, wenn es heißt Reto und Games. Und, äh, ciao, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.